Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Test, Free-to-Play-Game mit allen Vieren, also Thömern, Basti, Hannes und ich. Ja, wie sich auch alle voll begrüßen und jeder auch schön mitmacht. Hallo, hallo, hallo. Doch jetzt musst du noch mein Profon richten. Okay, äh, ich hab's so komisch das Level, lol, okay. Das mal den Musikleiser machen, mein Moment. Mein Gott, du bist seit 10 Minuten im Spiel und kriegst nix auf die Reihe. Ähm, ja, wir spielen Wolf Team, falls er nicht gemerkt hat und... 05, nein, das sind zu wenig. Hey, wir gehen 018. Ja, okay, ähm, muss sagen, wir haben früher schon Wolf Team gespielt. Ähm, deswegen, ja, wundert euch nicht, warum wir jetzt nicht hier die Standardwaffen haben, sondern wir haben zu toll gespielt in allen möglichen Müll. Und... Ja, früher haben wir... Äh, wollte er dann noch 018 kommt Tillmann. Wir sind 018. Tillmann, Hannes. Das ist wohl 018. Ja, stürme die Freude. Aus Team oder... Keine, aber Leute, ich muss die Aufnahme hier abbrechen und dann gehen wir eben nach dem Ladebalken weiter, weil die Aufnahme tut dann immer abbrechen und anmachen und so ne Scheiße, also. Bis dann, tschüss. So, da sind wir jetzt in-game. In-Wolf Team war ein Spiel mit der komischen Waffe, wie auch immer sie heißt. Alter. Scheiße. Ich hab schon da richtig Lust auf das Spiel. Vor allem, weil man ja so schön sprinten kann. Ich muss meine Maus mehr leiten. Oh, ich hab's gar einen Kill. Oh, ich hab auch einen Kill. Oh, ich hab auch schon einen Kill. Ja, auch schon mal einen Kill. 2 Kombos. Alter. Alter, oben auf dem Teil hat einer. Ich hab meine gerade eine Art des Schaden. Frau Ballard, oh, ich hab zwei Kills. Wann klar, was? Kann ich denn meine Maus schneller einstellen? LOL. So eine One-Hit-Waffung. 2 Kombos. 4.1, ich hab's getötet. Scheiße, hab ich die Standardwaffe wiedergenommen. Oh, er hat also eine coole Waffe, die mich mal nochmal. Dödem. Ja, ohne siehe Leute. Alter, da kann ich ja nicht sprinten, gell. Nee, da kann gar nichts. Oh, oben, 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 auf die Dinger, unten. Da kann ich auch nicht mal erwisieren, oder? Nee, nur, aber manchen Waffen, das ist ja auch. Das Spiel ist krank. Alter. Ah, man, da muss ich ja nicht fahren, ey. Ich gucke mich jetzt gerade im Sniper an. Gangster war ich nicht mehr. Oh, fuck. Oh, jetzt muss ich an der Hand. Alter, ich hab euch noch nie gesehen. 6 zu 2, ich hab euch schon mal getötet. Ich bin trotzdem erst auf der Liste. Ich bin trotzdem erst auf der Liste. Ich bin trotzdem erst auf der Liste. Ich hab euch noch nie getötet, aber Jonak mich schon da und ey. Alter, fuck, das nervt mich so, ey. Alter, wie schwul das hier mit den Leitern ist. Der größte Scheiß. Nein, ich bin runtergefallen. Der Hannes, hey, ich hab den Hit, das ist ja schon fast. Alter, wie kacke das ist, man kann doch nicht mal mehr sprinten. Alter, das ist ja Deathmatch 10, stimmt. Alter, ich hab schon nicht nur noch 16 live. Also, ich hab so ewig, bis man mal das Messer auswählt, ey. Alter, ich hab' ich. Ja, lol. Babel kann nicht. Ich nehm' mal die gefälschte F2000. Die Wookie. Das ist halt eigentlich im Gegner-Team. So, was ist das? Ja, ich bin im Gegner-Team. Sonst wie man... Ja, äh, ich zähl mal nicht auch im Gegner-Team. Oh, man, diese fesslichen Sniper. Ach, nee, ich will ja keine Schaffung. Ja, lol. Loll. Lollig. Ich bin trotzdem noch Erster auf der Liste. Loll. Ey, ich hab ne F2000. Loll. Schausschützenabschuss. Mit der Granate. Loll. Ich häng' fest. Loll. Bubble Gun. Bubble Gun. Alter, spiel' ich jetzt ohne Scheiß richtig. Scheiße. Das ist voll komisch, Alter. Loll. Ich tue eh nur Snipern gerade, weil es irgendwie so easy ist. Der tut nicht, weil das Visier bewegt sich kein Stück. Loll. Loll, wie viele da halt kam, ey. Und ich hab' sich getötet. Alter. Mal поддержiert. Handy. Weitere. Du, wirbow. ALLL б压. Halbwüns. Hü Daten. Loll! Hü его hört. schlägt also es ist auch nicht bei dem Spiel sind also die Leute solche übeln Käscher als der Handel ist an es war nicht anders er schlägt mal wieder an mit Blacksmith ist es auch echt super dass sich das Leben so schön generiert ja herr hatte was das ist welche sind und keine Hobbys haben ja wirklich und haben sie halt wieder er genau der steht recht vor der Granate und er stört natürlich alter wie viele ausgehalten und dann war es nicht mehr mein Kind ey what the fuck jetzt guck mal hier man springt hoch und naja das Fadenkreuz geht ja noch aber wo er hat also es hat er guckt ja genau natürlich hat sich getroffen alter wir haben die Scheiße 17 live ja super Hedgehog Hedgehog trotzdem noch erst auf der hatte ich den Geschicht bist du eigentlich okay ich bin auch nicht so gut naja 18 zu 19 Joa bla 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 die Sniper die Blue Team ist now winning in den Wunsch Lohr ist eine Sniper Mordel ohne Aufmerksamkeit ist die Erzene Flames Sniper aufgehoben der Töne sind lang und so eine Scheiß Lohr ich habe dich mit der Granate getötet und ich hatte noch 15 mal verpasst schon Mordel runtergefallen ich dachte nur ein Jahr wenn man in die Hockey geht da muss man dies gedrückt halten ja das ist aber schon heute hat noch keine hohe die Leute ja es ist die Ehebte er nicht gefällt wird er mit SZ Kieler dabei gab er gar nicht so lehnen die das ist doch jetzt echt nicht mehr als weiter die wie die Leute einfach zu Sniper der Wurf ich habe ich jetzt welcher er hat eine große keine Hobbys gibt halt wo Mann! Bluen Team ist jetzt winning. Da habe ich einen hässlichen behinderten Uribal. Lol, ey. Tohle ich halt die Wurz-Stände. Das kann ich euch gleich sagen. Bin immer noch erst auf der Liste, aber ich bin voll schlecht. Die hat sogar mein Team. Ja, weißt du schön, dass du auch immer wieder sagst, wie du erst auf der Liste bist. Lass ihn! Sogar bei! Loll er ist ja nicht so was er hat einmal getroffen Alter die Karten mal gestorben König ich bin es sei Prozent er hat sich auf einem Tag gebrochen also passt die alte Spiel erste Alter 2300 Petro Gomes habe ich bekommen in der Zeit bleiben in der Wartel Farmer sich hat die Fahrnacht er hat er sich auch schon bekommen bei der Unterricht hier in den Tag dort ich hatte mit Flammenwaffe ohne Flammen ist ein weiter Alter Geil so eine One-Hit-Sniper habe ich warum denn Loll wie heißt die I115 T-Flame woher bekommt er die ich hab gar nix keine Ahnung vielleicht weiß ich hab ein Geschenkebox achso da ist nur die Farmers drin also mal rollen noch ne Runde benutzen ja mal ne Runde halt warte welches Team seid ihr warte lass uns zurück und vielleicht gibt da noch ein neues Match ähm nö 18 eine andere Map ja genau lass andere Map zocken TASKIMARK äh Moment hier raus TASKIMARK 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 O-D champ-Wolfe TASKIMARK 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 hau um nur die Masse weiter er hat es ja übelkeil des Metzl die die Scheiße weiter wie sie mich halt zerstören heute war es weiter schon mehr jahre Lohr wo sich ich noch was hat er auch gehen auf und dann Jona nimm ich eigentlich noch auf. Schon wieder tot. Oh Gott, ist das... Tod, Junge, ja. Hier die ganzen kleinen Kinderspielmeiter. Wolf Team. Oh, Tillmann, du scheiße. Wie solltest auch mein Kill sein, halt. Kraftwolf. Mein Kill. Alter, was du bist, ein Penner. Tillmann hat mir auch vorhin mein Kill geklaut. Ne, 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 ne. Halt. Kauft euch die, äh, na, nein, nicht kaufen, wer das kauft, ist eh total doof. Ja, ich sterb schon wieder. Das ist doch so erbärmlich, ey, was die Leute heutzutage hier. Kill. Geisterwoll. Oh, ich hab mein Kill. Warf das nicht. Ich glaub, ich bin im Falten. Nein, du bist schon bei uns. Der Hannes. Nein. Doll. Oh, Kill. Spiel schickt die, schadig, 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 schadig. Die Wacht, der Dürf. Okay, jetzt hab ich den Kraftwolf. Es gibt ja schon mal auch noch die Menschen aus. Okay. Aber noch sechs live und jetzt bin ich tot. Oh, mein erster Kill. Das Spiel stinkt so zum Himmel. Ja. Baby, wo? Ich hab so viel Kraft, dass ich jetzt alle töten kann. Abelgant höchst du dir natürlich. Da kommt der wieder. Kraftwolf. Alter, ich nehm den normalen Wolf, bis ich auch Wächter hab. Ja, wie ihr immer den Kill weckt. Ja, vor allem Headshot. Ja, Headshot. Ja, das ist halt billig. Ah, Monster lag. Aber ja, genau wie sollte ich auch den Kill bekommen? Endlich. Ja, tötet mich da immer. Oh, voll. Oh, voll. Okay, hier im Spiel ist auch keine Schande, schlecht zu sein, ganz ehrlich. Red Team is now winning. Die Kill. Okay, okay. La, bla bla bla. Oh, Kill. Und ich kann euch sagen, es lecklich, hängt nicht an meinem PC, das Lenkloß. Und ich kann euch sagen, es lecklich, hängt nicht an meinem PC, das Lenkloß. Hallo, Bubblegun! Ja, sogar zweitletzter. Wächterwolf. Alter, ist ja scheiße. Der kann ja gar nix. Alter, wie das bei mir immer laggt. Deswegen habe ich jetzt voll verloren mit dem Wächterwolf. Ja, ja, ist jetzt auch so schlimm bei dem Spiel. Kraftwolf. Und kill, ich bin der Schwule. Und kill, ich bin der Schwule. Und kill. Alter, Basch ist nicht verarschen, verpiss ich hier mal. Ich tue sie immer voll schlagen, dann kommst du. Hm, ich war meine Schwuchtelwolf-Attacke. Endlich. Und kill, ich bin Jona und hab das Spiel jeden Tag. Alter, als ob das Spiel spielt doch keiner mehr. Wächterwolf, oh yes. Probst du euch doch, ich bin der Schwule. Nein, der muss ja wieder weiterlaufen, ey. Ein Pfandelspiel. Lol, wie dich halt immer Monster leckt, ey. Mann, das muss ja Spaß machen. Alter, erstmal hier wieder Energie bekommen. Achso, das geht übrigens mit R für alle Leute, die hier zugucken und nicht schon ausgeschaltet haben, weil das Spiel so scheiße ist. Endlich, Dankeschön. Ja, sicher. Ich hab so scheiß, komische Augen, halt voll viel, Alter. Blackspeed. 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 Aha, du bist ja ein Gegner-Team, gell? Alter. Bin ich wieder ein scheiß Eiswollen? Was tut das denn vor? Ich bin wieder ein Eiswolf. Das ist kein Eiswolf. Ich bin nur vereist und kann mich nur nicht mehr bewegen. Alter, was hast du für den Wolf? Wächterwolf. 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 Alter, wie man hier eigentlich einfach alles leckt und... Mann, ey. Oh, ja, laske. Oh, ja, laske. Oh, ja, laske. Oh, ja, laske. 16.11. Da war es besser, Alter. Hat die ganze Zeit nur noch Wächterwoll. Ich soll erst mal hier rausgehen, die Opferzahl. Ah, lass mal das, das! Ah, lass mal das! Ah, ich muss mal bei der Zeit, da ist kein Bock drauf. Ich hab den Farnaske gekriegt. Wir fahren uns. Ich hab Pedro Gomez. Äh, lass mal 0-1 gehen. Okay, ja, wo ist denn die Farnas? Achso, die Geschenke, gell? Ankunft. Geschenken-Nutzung. Alter. Moment mal, Moment mal, ich muss ja erst wieder raus. Ja. Welche, welche Nummer? Eins. Sechzehn. Ja, na, eins, Alter! Bist du doofig? Hast du schon auf Spielstart gelegt, Jonas? Komm rüber, Jonas. Nein, ja, Spielstart einer bei euch. Bitte, bitte, ja. Alter, kann man als Spielstart drücken, bitte? Ach, ne, ja. Boah, lol. Boah, lol. So, die da soll ausgehen. Lol, die sich die Standard war für Leck mich fett. Welche? Die Farmers? Ja. Ja, ich hab so ne lustige Sniper. Mal gucken. So. Ähm. Ich hab ne geile Fassi. Sneak attack. 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 Alter. Mit Wolf. Ey, Basti. Mit dem Petro-Kommers hat man völlig geil Wolf. Kann man so schwul anvisieren. Lol. Oh, das ist ja mit Wolf. Ey, wie Gammel gestürzt, ey. Ich glaub ich. Alter, der eine Typ. aus dem blauen Team hockt auf dem Tag und Sniper macht alle One-Hit. Baby Wolf. Ja, ich halt hier. Wer sich hier was kauft, der ist halt gleich der Gewinner. Egal, ob es die Zwei-Jungen ist oder nicht. Ich hab sogar noch den Film gemacht. Die halt gar nicht töten kann. Alter, wie ich geil. Wie gut ich bin, meine ich. Blut, du Wolf. Oh, yeah. Alter, Bobby Khan. Ja, komm, schreie doch noch mal rum. Leute, wie blöd ist denn das? Das bleibt anvisiert, während du nachlädst. Das macht der Wolf, hier war doch irgendwo. Boah, leck, was ich für Rückschlag hatte, ey. Wie ich sie alle fertig mache. Die Fahrer hat ja so einen Rückschlag. Ich find die nicht schlimm. Wie du sie alle fertig machst, Basti. Lol, ich hab 10 zu 0. Alter, Jonah, ich muss dich töten. Wo ist mein Meister, Jonah? Wo ist mein Meister? Verpisst euch doch, ey. Ja, sicher. Ich hab ihn halt im Weg. Ja, sicher. Oh, Jonah, ich hab wieder. Braucht die Kills. Oh, Mann. ProMaster. Alter, wie... Ah, endlich. So, jetzt heißt die geile Sniper. Lass mal gucken. Lass mal gucken, was er hier so mit Cash und so nimmer Scheiße erreichen kann. Bestimmt nicht viel. Ja. Der Typ läuft halt wie so ne Raupe, wie so ein Frosch. Alter, ich frag. Ne, nicht so geil. Okay. Die Stufen. Die Stufen. Die Stufen. Hammer geil, Jonah. Ich bin der King. 4 Kombos. Blutwolf. Wer hat mich da eins getötet? Alter, geh doch da. Alter, Jonah. Monster Wolf. Es gibt ja gar nicht. Ich hab da in die Ecke. Nein. Ich hab da in die Ecke. Nein. Ich bin roter. Da war einer. Black Speed. Nein. Ich hab die geile Sniper und da muss der Fiker Jonah mich natürlich hier töten. Naja, aber die ist wie die normale One-Hit halt. Alter, Jonah. Oh, ja, einer als Sniper. Das ist Jonah. Mit seiner Scheiße. Nein. Alter, Jonah. Mein Scheiß. Oh, jetzt muss der Penner nachladen. Ich glaub's nicht. Stirb doch, Madu. Hässlicher Wolf. Roam Master. Was war das denn? Als ob, als ob, als ob, als ob. Wie bist du da so hin und her gelatscht und hast auf dem Boden nicht guckt? Damit du mich mit der Sniper nicht tötest. Ja, wie hast du auf dem Boden nicht guckt? Ich sterbe! Alter, ich verarschen. Ich heiße XC-Killer. Ja, XC-Killer. Er hat entschieden zu sterben. Die Team ist jetzt mit. Baby Wolf. Ich bin Rivalry Mode. Zwei Kombos. Metal Wolf. Lo- B- wer hat mich jetzt. Lo- wir haben noch daneben schießen. Halt du. Hä? Alter, wieviel einfach gekommen sind. Wir sind zu 5000. Baby Wolf. ich denke immer man kann Sprinten es denkt jetzt sollte man ja ich auch von so einem Spiel erwarten aber Wolf Team Top da alles alter Jona alle Fahre der 8 Barthasch 8 2 1 eine Ahnung was das auch bedeuten soll der da ist als ich einfach dauernd verfehlt ich schaue als ich muss nachher ich bin oder ich stehe und es geht war aber so viel gemacht die Versperrte immer den Weg wenn die Granatik kommt das Spiel ist scheiße alle ich Jona 36 ich sehe es geht bei dir ab hat nicht 1 20 erzieht 100 Abschüsse Scherl aus Kretsch für was was ist es Schatten aus dem ersten Waffen woher hast du eigentlich dieses komische keine Ahnung ist er genau sie mir normale Wann jetzt einfach naja woher hast du das ich weiß ich soll ein Geschenke box oh Gott ähm lassen mal ja das war eine 20 gehen lassen sich genug frei kommen wir zocken halt mal in der andere Sektor 7 oder sowas da alle noch muss man sich so also wieso aber bei Gart ich will immer sich vor allem mein Mikro steht 30 Zentimeter von meinem Mund der Welt ist es ist immer so nur Toner Strasch immer die die da noch drin neun hier wir sind jetzt an so was er das ist jemand in welchem zeitalter lebst du Prozent die sich in den Lieblingsfall und das ist ein Mann das heißt nicht ganze Zeit in einem Scheiß inventory damals schlösser kam gerade ein Prozent ich muss ja auch mein Internet nicht mehr funktioniert heul heul so ist der Zettel der Zettel 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 jetzt scheiße ich bin ich runtergefallen nur wie die aus einem Team irgendwie schlecht sind dass es kracht alter er steht doch euer Leben ist doch ein Teil der Zeit alle gut jetzt wird es wird sich die ich bin jetzt hier in der Nürnberg ja jetzt steht doch noch mal auf wo gestorben war gar nicht klar wo er gestorben war was da ist und dann kommen sie zu füllen ja das ist halt so an ist also noch mal wird sind mein letztes Wort letztes Wort kommt gleich Leute damit ist es schon haben wir machen die Leiter an den Leiter aber man kann da nicht hochklettern so was heißt die Zettel ja was ist das für eine Scheiße so geht's ja runter ich hab grad so ne geile Feuerwaffe ich hab grad so ne geile Feuerwaffe ich hab grad so ne geile Feuerwaffe Red Team ist noch einig Ahhhh ich bin wieder gefreut 5 Combos sind verreckt ich hab grad so ne Waffe ohne Rückschlag alter die ging grad so krach wir haben jetzt beide Glaser die getötet auf welcher Tat das der ein klein nein 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 auf welcher Tast ist denn die Quadrate ach so die muss ich scrollen ja man muss es halt warum Kala und die mir alle grad mal eine Kill ist halt immer da runterfalle ey äh zu wieviel wollen die denn noch kommen die Besserung waren auch das muss man auch scrollen alter das ist richtig scheiße das war alles krollen verpiss dich doch von meinem Körper du von meinem Körper von meinem Körper oh kackt Camper ey jetzt mal nicht mehr Sniper Power schneller die Leiter hoch wie Werner rumläuft das ist so unlogisch ja ich zog ein Glanzo-Babbage lol so ein Hacker steht voll in der Luft ja ich sterb wieder Alter von wo wurde ich abgeschossen ich bin siebter auf der Liste so kommt man auch Alter Jona und du nimmst mir natürlich die Killzäck ey ich stand da ja auch gar nicht schon so und war gerade in Deckung und du ganz schnell vor Alter ich knie mich immer hin ich Sniper jetzt jetzt reicht's mir das Spiel ist so richtig scheiße das ist für alle Leute die sich nicht COD oder so kaufen Alter weil sie Angst haben dass sie zu schlecht sind ich sollte die Knie wir haben aber da hat sich einer die alte 0 3 getrennt hey wie man da halt einfach nicht und wie alt ist er da er hätte die alte Nürnberg neun Jahre alt so und folgten Alter Jona ich komme in den Match so nicht hoch Katz muss sein dass es sich an Wolf Team ist halt scheiße ich meinte es kann in den Match hat das überhaupt noch in der Liga war jetzt einfach seit Nummer 20 gehen kommt zwischen Alter wie ich darf nur an der Wand scheinlich weggekommen bin das Spiel ist Cash basiert ja um ja wohl Alter wie so neben dem verdammten ähm was oh und jetzt kommen sie alle aus der Base Alter das Spiel ist Cash basiert voll verpackt manchmal ähm pfff oh fuck und rot Jona das ist krass wie scheiße das Spiel ist Ende super Mission complete wow Last Kill nee ich hab Last Kill hahaha Alter ich muss immer besser sein als der Hannes Alter warum krieg ich keinen Zusatz hey lass mal Kriegsfabrik spielen ja ok ja warte ich komm zu euch 0-9 Kriegsfabrik oh ich komm blau ist Team Jona nee ich hab ein roten Team mit Ciao welche Nummer ich hab bei roten Team auch den Schaar hier Nummer 9 Mann Mann mach bereit oh 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 je dann das wird nicht ja was je und ich gespampt Alter manchmal könnte ich das Telefon so gegen die Wand klatschen gut dann steck's halt ab ne das kann ich jetzt nicht machen au oh komm wir machen mal selber ein Match auf, ist viel einfacher ja ich mach ja mach du lol ja auf einmal 5.000 Match offen sind mach auch mit Passwort pö aber echt Jona das ist ja nicht jährlich scheiße die neue Brücke Brücke R oder so heißt die nein ich mach ich mach jetzt ein Match auf aber mach mal Sektor 7 ja nein nicht nicht Sektor 7 die Scheiße macht die neue Brücke Brücke R oder so heißt die okay nein die soll so ich hab Sektor 7 noch nie gezockt natürlich Brücke R heißt die ist voll scheiße da war ich grad drin das ist so ein Snipermatch aber die ist echt ja ich sehe die Leute wie scheiße das ist ganz schwierig die Säuren 140 Punkte Zeit 20 Minuten okay die nun war ein 0 19 Prozent 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 0 19 hat es aber nicht nur noch mal aktualisieren auf der zweiten Seite Uhr Uhr Orono Ball auswerfen also die Räume sind schon belegt da ist gar nicht Boah die Ehe das hat er es noch gar nicht Drück Lohleutern wir haben nach dem Ladewalten wir haben halt ein Schaub hier wir haben Schaub im Roten warum den haben die Geschenke kriegt der Jona unsterblich Aufladerpaket Paket alter wie viel Werbung ist in Jörg da jetzt wer ist es ein Penner hallo aber das Spiel ist irgendwie noch schlimmer geworden als früher ja wie damals in dem Alter ob man auch so behindert damals im Ferienlager damals ja damals war da drüber für die Alter Tilly Ferienlager Loll da mal wo seid ihr eigentlich so ja bei uns in der Base da ist so da ist so lol ich glaube es nicht jetzt tötet Jona den Hanne Hanne hä 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 schätzt ein der Tilly Alter wie schnell die Leiter hochklettert das ist so das ist so übel ist ja nicht das ist ja nicht zu retten äh wo seid ihr der klettert schneller die Leiter hoch als das er lol oh yes Alter Tja 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 was ist los ich renne rum ich weiß ich bin Alter ich komm nicht über den LKW jetzt äh dankeschön Basti geh mal da weg sorry ja ja ich stehe hinten ich bin da herumgerannt Alter die ich euch halt kein Stück sehen was steht denn also verfolgt ein du Mh mh mhmh mh er ist auch so rumgelaufen Jơ was soll ich jetzt hör mal auf dich wieder auf zu regen alter ich springe halt runter ich reg mich nicht auf du richtiger laut dass wir die Aufnahmen ja jetzt endlich habe ich auch mein Kiel ja er hat ihn jetzt zuvor hin von der Seite Red Team ist jetzt gewinnen äh sie kommen ganz bestimmt von anderen Ende damit ja ja aber ich finde sie nicht Alter Alter und wie ich jetzt hier festhängen aber irgendwie ist bei der Zeit der Wiener Alte ist komm ich an die Scheißleiter hoch er hat er ihr seid erreicht scheiße oder wer springt beide sofort hinter dem Laster herr ich fängt fest ja ich springen und auch zufrieden ist er will ich aber feststellen beide kommen sie wie aus dem Loch aus so ich kann echt nix machen so viel weil wir jetzt bin ich irgendwie besser als online und 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 ich vielleicht noch mal wo seid ihr denn? Alter hast du ja Akimbo mal für oder so? Ja das gibt es ja auch in dem Kackspiel Akimbo Alter wo seid ihr denn? wo seid ihr denn? wo seid ihr denn? oi Hedgefurt, ich hab dich getötet wo seid ihr? Ja ich hab dich Hedgefurt, du hast mich Hedgefurt und dann haben wir uns selber Hedgefurt und dann streichert Alter die Waffe ist so kacke die ich hatte ja ah ja Alter, ich bringe was herum Alter ich tötete Schillmann, ich bin Johannes und springe dann da raus hm das als ob ich besser Waffe habe hab genau die gleiche, ihr habt vor mir gemacht Alter ist die ich hab die Rookie verglichen, die ist genau gleich, wenn wir noch sehen und jetzt bei mir nicht, dass es geil mit zu ich bin ich bin, nein, I am the king Red Team is now winning ich bin der King Hannes ah, schau wieder ja, weiß ich, wir wissen sie alle ich hab nicht nachgedacht Alter, leck war das genau nicht Mann, leck mich doch ey ich komm nicht auf die Mauer ich komm nicht auf die Mauer jetzt chill doch mal mein Gott chill doch mal man die Zuschauer regt dich schon auf, weil du dich immer so aufregt ja, klar, weil ich das auch bin schlechter Alter 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 ich hab mich da grad hingehoppt kann die Killkammer ja, 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 ja ja, 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 die unter Dinge zu bleiben Alter, wieso muss meine Mutter eben mal reinkommen, einfach so, das kommt es mich so an, dann ist nicht zweimal gestorben, deswegen häng doch den Zettel rein ja, häng den Zettel, die rennen noch eh rein boah, anklopfen ist out, äh, Privatsphäre ist out ah, fuck ja, jona, dann würde ich mir mal was einfallen lassen, an deiner Stelle abweggegangen lol lol trollface ja, trollface ja, trollface, zwischen trollface jo 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 lex alter, wie die Wafferwerber verziehen, als er kann, wie sie wieder von beiden Seiten kommen alter, wie oder mecker nicht rum, das versautes Let's Play ihr versautes Let's Play ja, ja, ja ja, black speed wie kommt das immerhin oh, meine, du hast gar keine guten Waffen, jona Ich habe genau die gleiche, die ihr auch alle habt, in der Geschenkebox, ich hab die vom Boden aufgehoben und jona und ich hab die vom Boden aufgehoben ja, und von wem denn, ne? was, als ich, bin ich nicht von mir ja, hier war actually noch eine andere drin ja, vielleicht Basti, ja, der Leerler auch hat er wird passierte er mal mit der war verpasst da wir hatten das so toll schon gemacht da ich mir die fahrer schon ist die gesunde voll die scheiße aber die fahrer sich schon wenn du praktisch macht so wie ich LR in von Hanneser das Spiel ist so scheiße der auch so wie kann er jetzt nicht da weil ich eine negative KD habe hier fliegt jetzt jetzt kommt mal 13 12 vor allem ich habe immer gefecht er ist auch schon da steht da war ich hatte ein gefecht aber ich habe ihn nicht vollkommen wenn nicht ja leck mich doch mein Gott spring doch da hoch mein Gott alter als ich hänge fest an meiner zu meiner Welt kommen ja ich tötete ich weiß was auch nein untergefallen die Brunschleuchte die 5 hat man eben ist aus wie vielleicht was schon noch so jetzt ist es zählt von fünf Sekunden untergleichsteht Black Speed kält Babelgarn oder Wäscher und und dann auch noch Hedgehog Day in der Versace für die Waffe in Lala Normale ja leck mich doch so ist es in der Unterricht immer sobald ich dir eingetötet habe in Anbarn nicht weiter der hat nicht geschossen das ist eh so ein Backfall als neid bei manchen aber auch mal mehr was ich habe ich die ganze Zeit verfolgt als du bist so dumm rumgehend ich bin meine Ruhr und ihre Anliegen Wiener und er will die Hunde gefallen bei der Basie einfach alles tötet gehen alles was den Weg kommt ich will auch die Waffe die du hast ich hab's aber das reingemal hier auch die andere Seite alter so ich mache mein Headshot ja ja das war gar kein Headshot zu Depp oh wie oder einfach mal alles tötet naja meine KD-Shirts zu 14 und Basis 13 12 12 12 12 also ich finde immer irgendwie kacke ich weiß ja hab ich doch schon ja du wolltest sie doch ja ich wollte sie ausprobieren was soll ich das wissen das steht auch schon mal gezogen nein ich habe es immer noch schnell Headshot wie ich immer noch schnell Headshot dazu geht es ist so oder die App haben wir damals nein die hat die Gipfel ich hab dir nie gespielt Geld und doch ich hab sie nein nein ich hab sie auch noch nicht wer dass du sie damals vor einer Woche als es leider gesuchtet hat was die Führer sagt Lagerlager also vor allem der hat jetzt noch mal gespielt ich noch mal er hat er sieht noch ich hab zwei gespielt habe es war das einzigste Mal wenn ich gespielt habe runtergefallen ey Timor vielleicht hat schon noch als bevor ich sich abknallt habe keine Ahnung ich weiß nur dass ich jetzt noch 47 habe ich hab ich voll nicht getroffen ja sicher ja 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 kommen sie wieder zu zweit ja was wir sind ja machen jetzt eh Scheiße Headshot geben ich ja so gut wie unmöglich das ist doch hat schon mal eine Brotter ja das ist ja ich springe ins Meer zu zweitem und was ich krieg den Kill wie jetzt auch anders sein soll es ist so lange geht die Folge noch auf keinen Bock mehr ja ich glaube wir haben alle kann Bock mehr das ist ja der Lektion Kaiserschein ich sage ich habe ich ohne ich benutze oder als Ablenkung dass sie sich dann töten kann 3 nach Basti du schon Penner Fas ich ich bringe das aus heiterem Himmel rum ja ich bringe ich hinter mir aus heiterem Himmel das Spiel macht mich voll aggressiv das ist wichtig das ist nicht schlecht für das Let's Play das hat aber dafür auf die Scheiße für gehen umgestresst bei MB2 da waren wir nicht gut gelaunt allol die sei wieder von beiden Seiten er da nicht immer um alle das ist eine Minute Waffe ja ich habe es keine freigeschaltet er war schon wieder die alle alle anderen hast du es auch schon wieder gemacht hast wieder vorher schon gesucht wird was ich habe als Mann ist ja macht man so viel ich sie hat so eine geile Schussrecken endlich wir haben Hohnein ich habe auch nicht mehr hat er wie lange geht der Part noch Leute er ist es kauf Welt als er gekauft spielt euch die spielte Spiel nicht lange nicht unter tut nicht auch die Homepage gehen und in der Allerio noch heute nicht um also er hat den Studie spiel so super so er ist jetzt auch behindert aber was das erstens vorher schon mal gesagt ja soweit ich mich Prozent erinnern kann Hannes läuft immer den gleichen alle eigentlich der Ecke nein ich wollte dadurch haben sich die Kniez in der Euro ich dachte da war es nicht weil er gesagt hat das über den gleichen Weg ja was ist hier von Weglaufen oben auf der Straße gerade aus oder nicht da war und Leute nicht einmal was auch vor allem nachher von Rückschlag hat ich habe mal sie und man hat die Scheiß Waffen oder der Fall jetzt war die die Künftige die hier so schön heißt und normalerweise eigentlich das gar ist glaube ich das Haus zu den und jemand ist es in einer Art ist gar mein Mann Loll wie es halt wieder zu zweit herumlaufen da nix wenn man daran liegt ja ich hab nicht mal auf dich geschossen oder geschehen getroffen geschweige denn getroffen mit der Afe trifft man so überhaupt nix ja es ist richtig unmöglich um die Ecke zu springen und ein bisschen was zu schießen die haben das so gemacht dass du irgendeine Waffe kaufen musst dass du sowas machen kannst in der Tat hey wo sind denn die Gegner ja schämt mich halt dass du mal hinten rum kämpfst ja ich kämpf nicht kannst dich was alter meinst ich bin blind und sehe nicht dass du auf mich schaust super bei dem Schlagspiel macht es mir auch nichts aus wenn ich mein letzter bin ja du hast du alter ja ja er hat weil sie sich leider noch nicht mehr nachhaltig geht und hier ist man ist was 10 15 die so schon der nächste noch immer zu zweit rum er waren da überhaupt nicht zu zweit was kann es so wichtig niemals an die Kapitel bei den die beste Waffe bis jetzt okay ich ist tot die F2 ich sollte jetzt auf ausmachen alle Part geht um ungefähr drei Minuten oder so ja das geht noch eine jetzt setzt so okay Leute also umfassendes Fazit jeder gibt seine Meinung ab zum Beispiel Scheißspiel aber dann war ich noch kein Scheißspiel einer ich sag Scheißspiel und was sagt die Art ist ein Scheißspiel kauft euch lieber ein Gescheites er auch anstatt der Geld dafür auszugeben oder als Scheiße ich habe es gibt bessere Spiele die Kontrolle die bessere 3-2-3 Spiele ja so zum Beispiel Tetris Online altert jemand das nicht überholt ich kann jetzt aus dem Gedächtnis fünf Spiele sagen die man auf dem Handy besser spielen kann Doudlejump der Doudlejump kannst du mit dem vergleichen das ist in der ganz anderen Liga Tetris aber auch nicht Jona ne doch Tetris ist schon ungefähr ungefähr zehn Punkte besser wir müssen noch eine ich muss da einmal 10 mal ich muss die Auffahrung abenden also Leute kommentiert und wie die Engländer immer sagen subscribe, 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 subscribe tschau 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 tschau